Hallo Herr Tischer. Hallo. Ich darf Ihnen erstmal ganz recht herzlich gratulieren. Sie sind heute zum Franchise-Nehmer des Jahres gekürt worden von Küche & Co. Vielen Dank. Wie sind Sie denn damals überhaupt zu Küche & Co. gekommen? Ich bin über Umwegen, also über die Area 30. Auf der Messe habe ich Küche & Co. gesehen und mich dann mit Küche & Co. in Verbindung gesetzt. Und dann ging es eigentlich recht schnell, weil das Angebot auch sehr gut war von Küche & Co. Waren Sie vorher schon selbstständig? Nein, ich habe 15 Jahre im Möbelhandel gearbeitet und Küchen verkauft, aber auch Schlafzimmer und Wohnlandschaften quasi. Das heißt, der Wunsch nach der Selbstständigkeit, der war schon da? Der war schon da und ist dann durch Küche & Co. nochmal verstärkt worden. Wie erklären Sie sich dann Ihren großartigen Erfolg, dass Sie so schnell so gute Zahlen schreiben konnten? Ja, das liegt nicht nur an mir, sondern auch an meinem großen Team. Was ich habe, weil das Team steht komplett hinter mir. Also da eigentlich eher ein großes Lob an meine Belegschaft. Und natürlich auch an meine Frau, weil die steht komplett hinter mir, hält mir den kompletten Rücken frei. Und dann noch dazu durch Küche & Co. Weil bei jeder Frage, wo man hat, steht das Team komplett hinne dran. Super. Von Küche & Co. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch und feiern Sie heute noch schön. Das werden wir machen. Vielen Dank. Gerne.